Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video zeige ich dir, wie du bi-quadratische Gleichungen lösen kannst, in denen der quadratische Term nicht drin vorkommt. Also wenn in dieser Allgemeingleichung hier das p gleich 0 ist. Schauen wir uns das erstmal allgemein an und dann direkt an Beispielen. Wenn du also die bi-quadratische Gleichung x hoch 4 plus q gleich 0 hast, dann brauchst du, um diese Gleichung zu lösen, keine besonderen Formeln. Du kannst direkt nach dem x umstellen, weil es nur ein einzelnes x in dieser Gleichung gibt. Das heißt, dieses hoch 4 müssen wir wegbekommen und dieses plus q müssen wir wegbekommen, sodass das x allein auf einer Seite steht. Und beim Umstellen gehen wir immer so vor, dass wir mit der schwächsten Rechenoperation anfangen. Das heißt, zuerst einmal eliminieren wir dieses plus q, weil eine Strichrechnung das Schwächste ist, was gerechnet wird. Und das Gegenteil von plus q ist einfach minus q. Das heißt, auf der linken Seite verschwindet das plus q und auf der rechten Seite kommt dieses minus q dazu. Und jetzt müssen wir nur noch dieses hoch 4 eliminieren und das geht wieder, indem wir das Gegenteil rechnen. Gegenteil von hoch 4 ist vierte Wurzel. Oder auch Quadratwurzel und nochmal Quadratwurzel, wenn du das gerne so möchtest. Auf der linken Seite, Achtung, bleibt Betrag von x über, genauso wie wenn wir eine Quadratwurzel ziehen. Und auf der rechten Seite, da haben wir eben die vierte Wurzel aus minus q. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, ist diesen Betrag hier zu eliminieren. Der bedeutet aber einfach nur, dass diese Zahl, die hier drin steht, dieses x positiv gemacht wird. Also ob das x jetzt positiv oder negativ ist, spielt keine Rolle. Am Ende ist eine Wurzel immer eine positive Zahl. Und demzufolge kann das x also positiv oder auch negativ sein und daher kommt dieses plus minus vor der Wurzel. Also wenn du den Betrag auflöst und auf die andere Seite schreibst, dann haben wir hier plus minus die vierte Wurzel von minus q. Aber schauen wir es uns einfach mal direkt am Beispiel an. Sagen wir, wir haben diese biquadratische Gleichung hier. x hoch 4 minus 16 ist gleich 0. Wenn wir die jetzt nach dem x umstellen wollen, gehen wir genauso vor wie eben. Erstmal bringen wir diese Zahl auf die andere Seite, indem wir hier rechnen, plus 16. Das heißt, wir haben x hoch 4 gleich 16. Und jetzt machen wir einfach das Gegenteil von dem hoch 4 und das ist die vierte Wurzel. So, dann machen wir es gleich so wie hier, überspringen wir diesen Schritt mit dem Betrag und sagen wir einfach, wir haben am Ende plus minus die vierte Wurzel aus 16. Wenn du gerade nicht im Kopf weißt, wie man eine vierte Wurzel berechnet, gar kein Problem. Eine vierte Wurzel ist wie gesagt einfach nur die Quadratwurzel von der Quadratwurzel. Das heißt, du kannst genauso gut auch einfach schreiben die Wurzel aus 16 und daraus dann nochmal die Wurzel. Das ist nämlich ganz einfach. Die Wurzel aus 16, das hast du vielleicht im Kopf, das ist einfach eine 4. Und die äußere Wurzel, die müssen wir noch berechnen. Wurzel aus 4 ist einfach eine 2. Und damit haben wir es. Das sind die beiden Lösungen, plus und minus 2, die wir hier einsetzen können, sodass hoch 4 gerechnet minus 16 gleich 0 ergibt. Oder schauen wir uns nochmal an einem letzten kleinen Beispiel an. Sagen wir einfach, wir haben sowas wie 2x hoch 4 minus 162 zum Beispiel, ist gleich 0. Auch hier gehen wir genauso vor wie eben auch. Wir versuchen das Ganze erst einmal, wir versuchen alle Sachen, die uns stören, wegzubekommen. Wir haben eine minus 162, die uns stört. Wir haben eine mal 2, die uns stört und eine hoch 4, die uns stört. Und beim Umstellen gehen wir immer so vor, dass wir mit der schwächsten Rechenoperation anfangen. Du kennst es vielleicht noch, Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das heißt, es wird erst das Minus, oder besser gesagt, erst das Mal gerechnet. Das geht ja vor. Und am Ende wird Minus gerechnet. Das heißt, zuerst mal bringen wir wieder diese 162 auf die andere Seite. Nehmen wir das Gegenteil, rechnen, plus 162. Das heißt, wir haben links noch 2x hoch 4. Und auf der rechten Seite haben wir 162. Das nächste, was uns stört, ist die mal 2. Denn was auch immer wir für einen x-Wert haben, es wird erst hoch 4 gerechnet und danach mal 2. Also mal 2 wird zuletzt gerechnet. Deswegen eliminieren wir es als erstes. Immer was zuletzt gerechnet wird, wird zuerst eliminiert. Das Gegenteil von mal 2 ist einfach geteilt durch 2. Das heißt, wir haben auf der linken Seite noch ein x hoch 4 über. Und auf der rechten Seite 162 durch 2. Okay, die Hälfte davon, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Hälfte von 160 ist 80, Hälfte von 2 ist 1. Also 81. Und jetzt können wir schlussendlich wieder die vierte Wurzel ziehen, um diese hoch 4 hier zu eliminieren. Das heißt, wir überspringen auch hier wieder den Schritt mit dem Betrag. Wäre aber immer schön, wenn du das im Kopf hast, um nochmal erklären zu können, wo das Plus Minus eigentlich herkommt. Wenn wir jetzt die vierte Wurzel ziehen, haben wir x gleich Plus Minus die vierte Wurzel aus 81. Und nach der gleichen Argumentation wie eben, dürfen wir einfach die Quadratwurzel ziehen und dann nochmal die Quadratwurzel ziehen. Denn die Quadratwurzel aus 81 ist gleich 9. Und die Quadratwurzel von 9 ist gleich 3. Das bedeutet, wir haben sofort die vierte Wurzel ziehen können. Da kommt eine 3 raus. Und wie gesagt, das x darf positiv oder auch negativ sein. Denn durch das hoch 4 rechnen wird es ja eh wieder positiv. Und damit hast du eine tolle Übersicht mit zwei kleinen einfachen Beispielen, wie du biquadratische Gleichungen lösen kannst, in denen der quadratische Term nicht drin vorkommt. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.